Ah, guck mal, hier hab ich noch mehr Orks und da noch mehr Orks und da noch mehr Saplings. Flower... Kohle? Patti und Silma. Genau, so heißen die Ollen. Was Google alles kann. Hab nicht echt bei Google gegoogelt, oder? Doch. Habt ihr eh nicht schlafen können, oder? So, und schere ich noch ein paar Schafe. Das ist immer so abends. Bevor man die Schafe zählt, müssen sie erstmal nackig sein. Au, das ist so ein Schaf. Das schere ich jetzt auch erstmal. Komm her. Du bist... Aua! Warum hast du das getan? Du wärst ein Schaf, tut mir leid. Ich bin kein Schaf. Du siehst so flauschig aus. Aha. Wurde ich einfach mal zupacken. Haha. Ist klar. Wenn du nach Hause kommst, ne, das sag ich dir. Ja, was dann? Dann geht's erstmal ordentlich auf den... Dachs. Ne, das nicht. Ich hoffe, dass du morgen das Dach baust, ne? Wieso? Ja, weil das mal langsam Zeit gibt. Das Haus sieht scheiße aus. Ja, das kommt später. Ach so, das kommt später. Ich dekorier hier drin alles und das kommt später, oder was? Ja, das dauert ja auch ein bisschen länger, ne? Ich möchte, dass du morgen das Dach baust, unser Freund. Sacka die, das sag ich dir. Ist schon nachts. Jetzt komm nach Hause. Nein, ich bin... Ich muss erstmal noch aufforsten. Okay, ich komm nach Hause, ist vorm Monster. Aber unterwegs muss ich noch ein bisschen pflanzen. Pass auf, wovon läuft eng... So. Ich komme! Ein Creeper läuft davon auch... ...weil ist weit entfernt. Hallo. Mein lieber Freund, ne? Erstmal schlafen. Ding, ting, ting, ting. Nein, nichts abschneiden! Wo? Wo ist noch was abzuschneiden? Was soll das denn heißen? Mein blockigen Penis? Ein Block groß, ne? Ein Block groß? Respekt. Also, wenn der Penis so ein Block groß ist... Nice! Ah, fast einfach Dursten gewesen. Das sind 64 cm, also. Das sind 64 cm langen Penis. Das ist schon ordentlich. Boah, willst du wissen, dass es 64 cm ist? Weil ein Block 64 cm lang ist. Kommst du bitte erstmal ein Frühstückstück? Wir müssen die heutige Lagerung besprechen. Hallo! Oh! Also, ähm... Ich würde sagen, erstmal brauchst du das Dach. Ne. Keine Widerworte? Du brauchst erstmal bitte das Dach? Ne. Also, wie gesagt, bau Dach. Schaaf! Du! Warte! Ah! 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 Das Schaaf hat ihn aufgehalten! Scheiß! Creeper! Alter! Und jetzt? Und jetzt muss ich erstmal noch aufforsten. Ah! Ich glaub, ich hab grad was in meine Hose gemacht! Was hast du in deine Hose gemacht? Ähm... 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 Nichts? Gar nichts! Boah, ich forst aber ganz schön auch, du! Ich hab eigentlich hier vor, so einen richtig schönen Wald hinzupflanzen. Sind die noch da, die Creeper? Keine Ahnung. Zauert's mich knapp, du! Ja... Gucken, was aus meinem Wald wird. Wuiiii! Die ersten Bäume wachsen schon. Ja, die Creeper stehen noch vor der Tür. Und hier kommt so'n Wald hin. Ah... Loll... So, jetzt boxe ich erstmal wieder hier die Bäume um. Eine Scary-Mobile. Ein Scary-Mobile. Kannst du nicht vielleicht einmal die Creeper da wegkloppen? Nein. ich konnte sich aus dem haus da musst du im haus bleiben so so ist es schon wie denn jetzt also dass ich im haus bleibe bietet mir so schon den zugang nach draußen so einer bist du also wenn wir sehen muss sie den bogen bauen und sich von dem nicht vorhandenen dach abschießen die armen fenster macht den neuen bäumen auch kaputt nicht meine bäume oder mein wald kann nichts dafür weil es scheiße du kannst lieber hier die bäume haben ja weil ich dann bald hinpflanzen wenn ich lieber nicht tötet muss damit leben dass die beiden holz das meiste der wahre grund warum der regenwald abgeholzt wird ja weil die keine creeper weggemacht haben oder was ja oh mann der wald ist hart und brutal angepflanzt hat er hat bäume sind hart ist dein baum nein ich bin kein baum das war so eine beine rhetorische ja ist klar ja die muss ich stellen wieso steht du beim vertrag was für ein vertrag zieh ich dir später mal wenn du bloß bist wir müssen wissen dass du so groß das kann man jetzt auch wieder zweiter gesehen ja ihr könnt es sehen wie ihr wollt ob das jetzt nicht falsch aber gibt es überhaupt ein falsch hierbei ja ich denke schon denkst ist nicht gut ja du denkst es ist nicht so gut nee es ist schon so so voller rauch hier drin weil meine zahnräder erst wieder anfangen sich zu bewegen es ist nicht so leicht weißt du ja gamer denken ja nicht so viel für gewöhnlich ne die waschen sich ja nicht nein ich habe auch keine freunde wer bist du überhaupt nein ich bin hierher gekommen hm wo bin ich wie bin ich hierher gekommen er ist behindert was mach ich hier mit die äpfel so das hab ich ausendlich mal fertig gebaut irgendwie ist der creeper weg aber er muss kann nicht wechseln er war gar noch da ok da ich glaube nicht um zugekampft ich glaube nicht um zugekampft ich glaube nicht um zugekampft wenn das aussehen ist wenn er weg dann stirbbaum der baum sagt nein in Ich dachte gerade, ein Kaktus ist ein Creeper. Ja, das habe ich auch jeden Tag. Ich gehe so durch meinen Raum, mein Zimmer und denke, oh mein Gott! Ein Creeper mit K. Hä? Kaktus Creeper. So wert. Ja, hoffe ich nicht. Mal für Männerbemittelte. Männerbemittelte. Ah, okay, ich habe auch verstanden. Hier, mein süßes schwarzes Hühnchen. Mit ein graues Haus in der Luft hat. Ist natürlich cool. Ich muss jetzt erstmal wieder dörten. Hier ist noch so ein Loch zum Dörten. Ist auch so ein Loch. Ich bin von mir etwas mit Schaf hier. Komm her, Mr. Schaf. Komm her, Mr. Schaf. Hast du die ganzen Weed-Teile schon abgebaut wieder? Ja, ne? Ja. Und neu gepflanzt. Gut. Ich bin von mir. Oh, ein graues süßes Schäfchen. Es liegt wieder vor, Mann. Komm her, Mr. Schaf. Mr. Schaf. Wird sie mir bitte voll. Ich würde sagen, dass wir hier oben erstmal die ganzen Nahrungsmittel und so reinmachen, ne? Dann fange ich jetzt mal an, unten hier Chest-Szenen zu bauen. Mal gucken, ob hier keine Monster sind. Nein. Yup. So. Zack. 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 Unterkunft. Zack. 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 Kommst du bitte nach Hause, es wird schon wieder langsam dunkel. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Thun! Hier kommt jetzt erstmal alles... Du willst ein Haustier? Bäume. Der ist hier. Mein Schatz, hier muss ein Haustier. Der ist ein Haustier? Ja. Ein Hausschaf! Wenn's groß ist, wird's geschlachtet. Hohoho. Aber jetzt mal ein bisschen ein Hausschaf. Das ist so süß, ne? Oh, das brauchen wir. Den Winter voll. Hier ein Brot. Brot? Hallo! Ich hab' sie runtergekotzt. Ein Brot. Nom 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 nom. Noch ein bisschen Hühnchen! Blüh! Nerben! So, Kohle und so kommt hier rein. Kohle, Gold, Eisen, Eisen. Ne, andersrum. Hier vorne. Ich bin davon. Stein, Bobble, hier. Ach man, es geht wieder. Monster Drops. Hallo? Piss dich. Ich bin scharf wieder rausgeschmissen. Ich habe ganz leid die Türen aufgemacht. Hm. Hier scharf. Ist das hier gleich Creeper dran sind? Nein. Hier kommt die Stein hoch. Schau, ich möchte, dass du jetzt das Haus machst. Das Dach da oben. Ich bin so unglücklich. Ne, das Dach kommt erst in der nächsten Aufnahmesession. Mit, komm, mit, komm, mit, komm, mit, 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 mit. Dann komme ich jetzt nicht ins Bett. Da habe ich jetzt hier am Tisch. Das kommt hier rein. Bone kommt hier rein. Arrows kommen hier rein. Was soll ich Flinteln so sagen machen? Keine Ahnung. Das kommt hier hin. So, so, so. So. Maschum, es kommt auch hier rein. Maschum ist das Lebensmittel. Hier kommt das hier rein. Pickaxe. Bucket. Schilder war hier auch rein. Lapis. Flint. Maschum kommt nach oben. Schilder müssen wir jetzt eigentlich mal machen. Ich muss gar nichts machen. Ich muss schlafen. Du legst dich jetzt auch ins Bett. Ich will aber nicht. War sofort. Also, dass ich Schilder habe, das will ich auf jeden Fall noch, bevor die Aufnahmepause ist, fertig kriegen. Vor unserem Haus steht ein Creeper. Da ist unser Schaf. Wie scherf. Ey, du hast den Gras kaputt gemacht. Wieso musst du sterben? Nein, ich schere sie gleich erst mal. Zack. Kann man das nicht besuchen? Ich glaube, wir haben Besuch vor unserem Haus. Zack. Schatz, wir haben Besuch. Dann betet doch den Besuch ein. Nee, ich mag so Besuch nicht. Ich bin so eher so, du weißt doch, so. Auch schon so ein Gamer, eher Richtung Gamer. Und mag ich so Besuch. Dirt. Ich weiß nur. Gravel. Ich will lieber wieder rein. Ich will lieber wieder rein. Monster Drops. Ja, so mit raus gehen, dann wird das wohl doch heute nichts. Geh mir doch lieber wieder durchs Fenster. Natur etc. Nächste kommt's auch nackig. Oh, Stoffe. Kann man ein Baby-Schafe gar nicht nack machen? Nein. Oh, so blöd. Ja, nackig. Da, nackig. Da, nackig. Mr. Creeper. Da, nackig. Oh, eine Wüste. Na, Rux, bitte. Schau, wie du was machen kannst. Falsche Seine hier. Na, Rux, bitte. Oh, hier ist schon wieder einiges an. Eine Schneewelt ist hier auch. Friedfertig. Oh, Kaubohnen. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hab ich mir auch so gedacht. Klick, klick, klick. Entweder war das mit dem Magen oder ein Zombie. Ich hoffe mal, es war mein Magen. Ich hoffe mal, es war mein Magen. Untertitelung des ZDF, 2020